Er ist einfach runtergesprungen heute? YOLO, ist doch VARO. Schminne! Oh mein Gott, Hilfe! Viele? Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge VARO 3 mit dem Debitor und wir gehen drauf! Hallo! Sneakern! Oh ja. Ah ja, die 10 Sekunden nehme ich jetzt einfach mal. In den letzten drei Folgen ist mir meine Tonspur leider abhandengekommen, weil ich die dummerweise nicht aufgenommen habe. Und deswegen war Ted seine Tonspur drin. Musst ihr meine Beschissene nehmen? Sorry dafür! Genau, haben die Schlausten unter euch auch gemerkt? Aber als ob das jetzt so der Regelfall wäre, das war im Ernst. Aber wir können schon. Wir brauchen Spinnen, ohne Witz. Wir brauchen Spinnen und wir brauchen Bögen. Ja, wir müssen Höhlen suchen, ne? Keine Höhlen, wir müssen draußen rumlaufen. Ja, aber spinnen sie doch auch. Vielleicht finden wir ja einen Spawner oder so. So, Herr Letziger. Boah, pass auf, pass auf. Oh, okay, ich wollte schon sagen. Warte hin. Da war wie so ein Loch, Alter. Aber voll tief auch, so? Ja, so ein bisschen. Oh, ich glaube, ich bin froh. Findest du wieder alles an? Ja, geht nicht, regnet. Ist dann nicht ganz so cool, ne? Oh, ja, stimmt. Warum nehme ich denn Wolle mit? So, wo bist du? Da bist du. Hier oben. Okay, vom Prinzip her bräuchte ich mal. Hast du noch gegessen, Peter? Ja, alles gut. Ich glaube, wir haben Essen für ein ganzes Projekt. Ja, ne? Ich glaube auch. Guck mal, da hinten ist noch jemand. Noch jemand? Hallo. Guck mal. Und mach keine Kizzen auf, ne? Ne, ne. Das sind... Oh, guck mal, das ist das Portal da hinten. Ach, wir sind in der Mitte. Hier entstehen die meisten Kämpfe übrigens. Ja? Ja. Krass. Ja, weil hier schön offensichtlich alles ist, ne? Oh yeah, baby. Na, sollen wir irgendwo in die Mitte runtergehen? Obwohl, wenn Leute uns jetzt snipen wollen, die sehen ja, wo wir aus der Mitte raus hinlaufen, ne? Guck mal, Ted, ich mach halt so, guck. Watt hin? Hast du gesehen? Du drehen ein bisschen? Ja, jetzt weiß keiner, wo ich bin. Na, total dumm so. Weiß keiner, wo du bist, ja. Sieh mal vorher nicht. Oh, da unten, guck mal. Skelett mit einer Rüstung und Creeper. Jawoll. Schau jetzt erst mal dem Creeper direkt eine rein. Genau, pass auf. Okay, sehr gut. Skelett nämlich. Aua, ich hab einen gefressen von dem. Dafür muss ich erst mal wieder was fressen. Der hat den nur, genau, fressen wäre cool. Lass mal nur rennen, aber nicht springen, oder? Ja, ja. Warte mal, hast du Essen für mich? Ja, brauchst du was? Ich hab nichts für Bratenes, leider. Ja. Give it to me. Ah, 26 Stück. Mhh, das ist gut. So, wir suchen, wie gesagt, Spinnen. Wir brauchen, wir brauchen Bögen. Da drüben ist eine Werkbank. Lass mal hier rüber einfach. Okay. Also am liebsten hätte ich natürlich, wenn es dunkel wird. Allerdings kann man die Sonne noch nicht mal sehen, weil es regnet. Ja, ätzend, ne? Super, kacke. Und Pfeile bräuchten wir von Skeletten, wären natürlich auch noch nice. Ja. Und wenn wir Gehchener töten und Schweine kriegen wir auch XP, hab ich mal gehört. Ah, Schweine. Genau, da, wenn man vom Schwein redet. Hier war noch eins hier oben. Voll, irgendwie schmeiß ich mal welche, Kobbel, scheiße. Kobbel ist gut. Oh, noch ein Schwein. Gut. Ah, hier ist ein Schwein. Ich wusste doch, dass ich eins gehört hab. Ah, da bist du, okay. Mal weiter geradeaus, so, ne? Ich hab den voll weggebämmt. Ja, okay, warte, warte, warte. Anders Seed hab ich mal eben rausgeworfen. Ja. Hab ich so irgendwie so was? Weiter geradeaus einfach? Ja. Okay. Jetzt hat Biegenholz weg hier. Ich habe jetzt da, wo ich in die Koordinaten reingeguckt hab, hab ich einfach mal ne Facecam riesig gemacht. Ja. Achso. Damit ich über beide zahlen war. Ah, da bist du, hi. Hi. Was hat er grad so gezischt? Ein Zombie? Ich glaub, die haben nur XP für uns, ne? Ja. Oh, guck mal, hier ist auch ne Werkbank da unten und noch ein Zombie. Der Zombie lohnt nicht, oder? Ich hole den jetzt eben. Okay. Ich will spinnen. Ja, ich auch, aber hier ist nix. I need a bow. Und Skeletons für Feile, obwohl wir können Gravel holen. Wo bist du jetzt hingeland? Äh, weiter geradeaus, hier. Ah, ja, alles klar. Hi. Alles gut. Oh, warte, da ist ein Skelett. Ja. Ninja Attack. Da hast du keinen Bogen gedroppt, ey. Nur Knöchel. Hat den verzauberten Bogen, ne Scheißvieh. Pass auf, Kliebe. Guck mal, hier unten, da hört sich nach vielen an. Okay, lass mal gucken. Ja, lass mal gucken. Einer, zwei. Hier ist noch einer. Boah, voll der Kreis, den man hier läuft. Den Spawner? Nee. Irgendwo? Nee, schade. Wir haben nix. Wir haben nix. Gar nix, äh. So, dale. Und eigentlich warten wir da drauf, dass wir gesnipet werden. Eigentlich ja, ne? Aber was soll das? Ne, also wir wollen uns noch ein bisschen ausrüsten und wir laufen. Oh, da ist ein Skelett wieder. Aber die droppen auch keine Pfeile. Kann das sein? Sind die behindert oder was? Die droppen gar kaum was, ey. Nervvoll. Der hat n Bogen gedroppt. Geh mal auf den Berg hier rauf. Komm mal her, komm mal her. Nicht den Bogen. Warte mal kurz. Ne, doch nicht. Ne? Sah so aus. Ich glaub, der ist nur umgekehrt. Wolltest du mal auf den Berg drauf, sagst du? Ja, ja. Ach, warte mal, auf der Seite gehst du rauf. Okay, alles klar. Kein Problem. Kein Problem. Also ich höre hier Skelette. Peter, komm mal hier hin. Hier runter in der Tal zwischen den beiden Bergen. Das ist auf jeden Fall ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Nice one. Hier unten. Hier ist mal hier so ein bisschen safe, Rona. Oh, I see. Pass auf. Hier ist eine Spinne. Eine Spinne. Ist einfach runtergesprungen. Yolo, ist doch wahr. Ja, Yolo. Okay, okay. Warte, warte. Hier unten ist das Skelett. Hier sind viele Gegner rechts und links. Da ist ein Skelett da unten. Soll man es nicht hier runter bauen? Der target dich. Also, okay, habe ich. Pfeil habe ich abgesnackt. Den da unten hast du gekillt? Ja, klar. Warte. Andere Seite ist Spinne. Spinne. Oh mein Gott, Hilfe. Viele? Ne, nur einer. Ich wollte nur was für das Prietro haben. Komm, wir gehen hier weiter runter, wo dunkel ist hier. Okay, warte. Das meine ich damit. Manche machen ja sowas extra für das Prietro und dann beschweren sich welche, wenn ich ein Fake-Intro einbeutze. So. Mach nisch, hier sollen noch welche spawnen. Ah ja, wir können auch noch ein Fake-Intro für dich machen. Warte. Ne, der war nix, oder? Wenn wir Flints holen, dann können wir uns... Machen wir später. Können wir uns Pfeile maken. Ja, hier müsste ja Flint drin sein, wenn, ne? Ja, mach mal. Du hast ja ne Schaufel. Und die Flasche. Ja, hier sind wir aber nix. Gar keinen. Oh, scheiße. Kommt das da hierher? Nice one, nice one. Ich mag Gamma-Wert auf hoch. Ich hab nix. Oh, ich hör uns genett von rechts. Oh nein, alles klar bei dir. Und? Ein Pfeil. Ich hab schon neun Pfeile, das ist gut. Hat sich ja gelohnt hier. Kann ich neun Leute one shotten? So, one hitten, ne genau. Wenn ich Headshot geb ohne Helm, sind die down, hab ich mal gehört bei... Ne, dann mal wieder hier raus. Warte, wo kann man denn hier raus? Hier hoch. Ach, hier. Ich glaube, da wo das Licht ist. Aber warte, was denn hier unten? Ne, von hier, ach so. Da unten, der ist schön groß, ne? Ach, hier sieht man hier kick aus. Du bist jetzt mehr rechts in der Watte. Ist nix. Geh mal hier hin. Was geil ist, die wissen nachher selber, wir wissen nachher selber nicht, wo sind. Pass auf Creeper. Gab viel raus? Geblockt, ein Herz Schaden gekriegt, nur. Sehr gut. Hahaha. Remake, blockt. Du hast mich sehr gut konditioniert, Peter. Genau. Aber ich hab hier gerade ein Skelett gehört, irgendwo, du auch? Hat er? Hinter dir, hinter uns, glaube ich, aber... Guck mal, hier geht's noch tiefer runter links. Ja, ich glaube, das ist gut. Oh, hier ist ein bisschen gravelig, oder ziemlich viel gravelig. Guck mal, ob ich hier ein paar Flins krieg, ne? Genau, gravel mal ab. Ah, einen hab ich schon mal. Sehr gut, ein Fall mehr. Ich kann die nur nicht aufheben. Öfen haben wir ja genug, ne? Ja, auf jeden Fall, ohne Witz. Guck mal, hier geht's noch weiter. Sehr gut. Gravel mal ein bisschen ab. So. Hier geht's wieder hoch. Jetzt zwei gravel, hab ich schon mal drei. Hey, vier. Flins, meinst du? Vier Pfeile. Ja, ja, flins. Ja, geilo. Ich hab jetzt gravel gesammelt. Oh, nee. Vier Pfeile. Vier. Vier schon. Hier, noch einer. Guck mal, noch einer. Ich hab schon mal sechs Stück. Sechs Flins? Ja, und ich hab 18 Federn. Also, wir haben Luft für 18 Dinger. Ach, guck mal, hier geht's noch runter und auf der anderen Seite auch. Wir werden hier mal rein. Hier ist aber Sackgasse. Nee, doch nicht. Hier geht's mal weiter, aber jetzt ist hier Sackgasse. Hm. Hm. Oh. Dann war jetzt die ganze Folge lang. Hm. 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 Nee, da war ich schon. Wo ist er denn hoch? Hier rechts irgendwo. Hier, glaub, ich glaub, von hier kamen wir hoch. Okay, warte. Na, hier ist Tageslicht auf jeden Fall. Ich hab ne Spinne gehört, irgendwo rechts. Spinne und Zombie von rechts. Geil. Dann Babyzombie. Oh Gott. Babyzombie sind krass. Warte mal. Hier oben, warte. Oh ja. Ich glaube, hier ist gar nichts. Aber wir hüpfen einfach. Oh, mein Gott. Ich bin so krass gehüpft, dass ich hängen geblieben bin, Alter. Krass. Bist du hängen geblieben. Aber richtig. Dann können wir hier wieder raus. Ja, eigentlich schon, ne? Aber war schon krass, eigentlich, ne? Warte, hier ist noch ein Skelett. Nimm ich mit? Ja, nimm du da mal mit. Ein Pfeil, Junge. Der ist halt immer noch. Wir können wieder nicht brandstiften, Peter. So ne Scheiße. So, neun Minuten sind rum ungefähr. Okay, wir haben immer noch keine Spinne. Doch, ich hab eine Spinne. Vielleicht hat hier auch einen Faden gedroht. Ich hab den nur nicht aufgehoben. Das wär dumm. Voll wär's, ne? Hm. Kann ich Wolle nicht zerlegen? Das wär geil. Oh, hier war ein Geräusch. Ne, leider nicht. Ja, da war auch ein Geräusch. Ach, guck mal, hier hat man irgendjemand gebaut. Und sich eingebaut. Du, du. Ich hatte auch mal eine Falle gebaut bei Varro 2. Leider kann er reingelaufen. Oh, guck mal hier. Böde, die Schwein. Doch, hier sind wir hergelaufen. Ja? Ach ja, hier ist Feuer überall, ne? Genau. Eine Schneise der Zerstörung von Devitor und der Jeep. Hast du auch eine Enderperle? Nein, die hast nur du. Oh, die hat nur ich. Ja, geil. Warte, ich guck mal gerade. Oder was kann ich denn stacken? Ich nehm mal da drottenden Flash weg. Wohin gehen wir denn dann? Nach hier. Ja, okay. Weil hier ist so schön grün. Aber es wird dunkel. Das heißt, es spawnen gleich Monster. Ja. Das ist sehr fein. Das wär gut, weil dann können wir noch gute... Können wir gut sterben, leicht. Ein paar Minuten noch was griefen. Dann kurz irgendwo einwandern und schweigen. Ha, 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 ha. Mein Gott nicht. Wahrscheinlich, sobald die ersten spinnen, spawnen, dann, äh, Zeit um. Ja, boah. Dann müssen wir uns schnell irgendwo einbauen. Okay. Wein. Sehr gut. Boah, guck mal hier, ist voll der Abgrund, ey. Ganz runter geht's da. Boah, da wären wir tot. Ohne Witz, da wären wir tot. Aber hier ist noch eine Höhle. Da wären wir tot. Obwohl, ich will jetzt einmal... Warte, pass auf, da geht's nach Rüststall runter. Ich will jetzt einmal was haben. Was denn? Spinnen, Mann, spinnen. Ach so, ja klar. Bleiben die denn? Wann spawnen die denn? Jetzt. Wir spawnen keine. Spinnen. Wo seid ihr Spinnen? Wir haben nur noch vier Minuten so. Ich hab Fliegen in dem Netz für euch extra dabei. Lecker, kommt. Ist der Spinnenköhle. Einfach Fliegen in Netz tun, dann kommen die sofort. Ah ja, stimmt. Wir riechen das. Durch das Zappeln. Pass auf. Warte hin. Hier ist Wasser. Ich glaub, hier sind wir schon mal hergelaufen. Ich glaub, wir können die mehr bald auswählen. Hier ist noch ein Schwein. Oh, warte mal. Ich hab wen gehört. Das ist ein... Ah, guck mal. Hier ist ein Skelett und ein Babyzombie. Skelett fokust mich. Hö. Oh, hab ich getroffen. Bastard. Mein XP. Sehr gut. Elf Pfeile schon am Start. Ah. Ich kann mal Dispenser bauen mit ganz vielen Pfeilen drin. Oh, du hast einen Pfeil im Kopf. Sehr gut. Kann ich den haben? Nein. Hühnchen. Mein XP. So. Ja, da hinten sind noch ganz viele Hühner, aber... Hier im Wasser, ne? Da war das viele, ne? Aber ein paar zumindest. Brauchen wir aber eigentlich nicht. So viel XP geben die auch nicht, ey. Ja, stimmt. Wenn die eine Hühnerzucht machen können einfach und dann... So volle Lutsche. So, ja. Wir suchen immer noch, immer noch Fäden so für Bögen. Wisst ihr ja Bescheid, ne? Also die Leute, die jetzt wunderbar, was wir hier machen. Ja. Wir würden ganz gerne auch mal Bögen verzaubern und dafür brauchen wir Fäden. Und geil wäre natürlich, wenn wir irgendwie mehr Fäden hätten sogar. Ja, Ome, lass mal wieder in den Wald hier zurück. Ja, gute Idee. Hm. Ja, wenn man jetzt viel... Wo wir jetzt viel rumrennen, verbraucht man schon hart viel Essen auch, ne? Ja, deswegen nehme ich mal die Hühner auch mit. Hier ist eine Höhle. Ich gucke da mal eben schnell rein. Nix drin. Deswegen, ich nehme alles mit, was hier liegt, Kollege. Bist du unten? Äh, hier, warte mal, hier ist noch ein Schwein. Ach, da bist du. Guckst du mich? Ja, also... Ah, da, okay. Oh, hier ist eine... Oh, ich will auch immer mal runtergucken, weißt du? Da muss nur ein Bogenmann von hinten mich anschießen. Ja. Obwohl, dann mache ich MLG Wasser. Ein Creeper. Gut. Spinne von rechts. Dann Spinne. Oh. Hier ist er. Heiße. Hat die keinen Faden gedroppt? Oh. Nee. Der ist ein Endermann da vorne. Endermann? Lass einfach auf den drauf wieder. Lass einfach auf den drauf wieder. Ich seh dich nicht. Ich bin einfach weiter geradeaus bei der Spinne. Da, ja, guck mal, genau, hier, ja. Ist dir gut? Ja, mir geht's gut. Ah, da bist du. Ja, da, okay. Und wir müssen jetzt ein bisschen bei allen 13 Minuten, wenn wir die Endermann noch töten wollen. Immer auf die Füße zielen, ne? Ganz ehrlich. Ja, der ist hier rechts irgendwo. Hier war der gerade. Hä, war der gerade? Ja, vielleicht ist der weggeportet. Das gründet ich. Ich hab den doch, hier ist der doch, hier oben. Ah, egal. Oh, guck mal, das Schwein ist verrückt geworden. Oh nein. Oh, sauber. Gut gehackt. Aber was ist denn mal mit den Spinnen? Ja, echt mal, ey. Wir laufen hier immer im Magen rum, im Steilhangen, so, weißt du? Läuft bei uns. Lass mal ein bisschen hier runter, ey. Hast du da ein bisschen Angst, sagst du? Aua. Hups. Wie mal ein bisschen runtergefallen. Aua. Runterfallt. Aua, runterfallt. So, warte mal. Hör aber auch nix hier, ey. Das ist so zum Kotzen. Ich hör nur dich fressen, Junge. Weißt du, keine Dias, keine Spinnen. Keine Bögen. Echt mal. Weil eigentlich wollten wir ein paar Fäden holen und dann in die nächste Höhle rein. Oh, da warte mal, die nehme ich mit. Eigentlich ja, ne? Warte, ein Eier. Ne, die Federn. Dann zieh ich rechts in den Wald rein. Federn hab ich auch noch elf Stück. Sehr gut. Dann lass nochmal einmal durch den Wald rushen und halt deine Schautschule gleich bereit. Sagen wir mal, 14 Minuten, Peter. Ach, guck mal, hier ist eine Spinne und ein Creeper. Wow. Auch kein Faden verloren, ne? Gib es doch nicht. Ja, ätzend, ey. Guck mal, Kübisse sind hier. Wow. Brauchen wir die für irgendwas? Dann können wir aufsetzen und den Leuten eine Angst machen. Da ist noch ein Skelett. Okay, sollen wir uns jetzt mal irgendwo reinbauen? Ja. Da ist noch ein Fleisch. Da ist noch ein Creeper auch. Jetzt wird's gerade geil mit den Leuten. Hier, warte mal, ich töte den mal eben hier. Gar keinen Schaden bekommen so noch. Okay, lass hier irgendwo rein. Okay, mach mal. Geh mal hier so. Warte, ich komm. Ich komm zu dir. Vor allem liegt das voll der Creep rum, weißt du. Geht draußen. Ja. So, dicht an. So, was machen wir noch? Komm, warte, wir nehmen die Kohle unter uns. Pass auf. Boah, wie perfekt das war jetzt, ne? Ja, hat doch gut geklappt. Aber ich hätte jetzt echt gerne ein bisschen weitergezockt. Eigentlich schon, weil gerade Nacht war. Ich kann nicht sehen, auf welcher Zeit der Server ist, bevor man drauf geht, ne? Nee, leider nicht. Schade. Leider, leider nicht. Das macht so ein bisschen doof, wenn man die Hälfte der Folge im Tageslicht verschwindet. Genau. Wenn man nach Spinnen sucht. Aber wir haben immerhin ein bisschen Kram geholt. Aber wir haben auch keinen Spawner oder so gefunden. Das wäre geil gewesen. Ja, nur ein Zombie-Spawner am Anfang. Ja, irgendeinen. Genau, das macht ja nix. Aber wir brauchen Spinnen, Leute. Ja. Aber gut. Kann man nix machen. Haut rein. Tschüss. Tschüss.